Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde, Moor oder Schatten. Weiter geht's. Wo bin ich? Ah, da. Jetzt kümmere ich mich mal wieder um. Gollum! Äh, Ghoule. So, die waren schnell erledigt. Ja, wo gehört die Gäste? Schwingen Sie sich auf. Oh, oh! Vielen Dank, Fremder. So, heilen. Das ist auf jeden Fall... Blöde, Ghoule. Leine. jetzt auf jeden fall kein hauptmann in der nähe okay irgendwas mit grau zu tun nun wo ist er? dein Freund bestellt weder ein Lügner oder ein Feindling und wenn du ihn mit deinen Drohungen verschreckt hast dann lass uns deinen kostbaren Schatz finden die kleine Ratte ist nicht hier der Adler erspäht seine Beute aus der Luft heißt von oben heißt er ist in die Richtung hier hoch ein Grauk ich brauche mindestens 20 Männer um das Biest zu erledigen dann finden wir in einem anderen Becken wenn wir uns dem Eingang der Höhle nähern werden wir nur den Zaun des Grauks erregen ein präzise gezielter Pfeil sollte uns weiterbringen beeindruckend Talion damit sollte der Grauk eine Zeit beschäftigt sein oh ja schnell in die Höhle ein Hauch des Todes hängt in der Luft sieht aus als hätte der Grauk den Kampf gegen die Karagor gewonnen und ein frischer Tod ist nah okay also hier muss ich hin ein 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 Nur ihr könntet solch Inmut erschaffen, Kehlebrimboer. Kehlebrimboer. Der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Ich hab die Sagen gehört, doch... Nun erinnere ich mich an meinen Namen. Ich folgte mit Läder. Ich fertigte die Ringe der Macht. Oh oh, der Graub. Ich kann schnell raus hier. Sonst stürzt hier noch alles ein. Ja. Ja. Da braucht man nicht mehr klettern. Den hat er jetzt richtig erwischt. Auf nimmer Wiedersehen. Ich habe all das zu verantworten. Deshalb sucht Sauer nach mir. Nein. Nein. Leuchtender Herr ist gut. Er beschützt uns. Halt dein vorlautes Maul. Böse Waldläufer. Weiß nichts über den leuchtenden Herr. Ich weiß um die Legende. Wie Sauron dich täuschte, damit du die Ringe schmiedest. Er hat dich und deinen Nächsten gefoltert. Und der Schatz. Hat der Herr ihn auch erschaffen? Wo ist er? Ich habe keinerlei Erinnerungen daran. Was spielt das für eine Rolle? Der Herr muss sich erinnern. Ja, das muss er. Wir... Wir finden mehr Schätze. Ja, ja, ja. Und dann führt er uns zu ihm. Hm, der hat wohl die Hoffnung, dass man zum Ring geführt wird. Meine Erinnerungen kehren zu mir zurück. Die Ringe der Macht. Neun den Menschen. Ihre Macht war ihr Untergang. Sie wurden zu den Ringgeistern. Ja, die Nazgul. Aber die Nazgul wurden zerstört. So wie viele, die mit den Ringen der Macht in Berührung kamen. So. Welche Fähigkeiten nehme ich denn jetzt? So, gibt es weitere Aufgaben? Zumindest gibt es das hier in der Nähe. Ja. Unsere Hauptmänner haben sich mit denen aus dem Osten getroffen. Die nehmen, was der?」 Ich weiß, was der sagt. Ich weiß nicht, was der sagt. Jetzt ist die Frage, wo ist er? Also, bis jetzt sehe ich ihn nicht. Wo zur Hölle ist er denn? Was ist er? Ich weiß nicht, wo er ist. Ist er dahinten? Furcht für Ghoul. Was für ein erbärmlicher Tod. Wenn man eine Gruppe Orux anführen will, sollte man zumindest im Kampf sterben. Ja, jetzt geht die Binary alle. Äh, immun gegen Schleichen. Äh, nein. Du kannst mich nicht verletzen. Au. Du verdienstest doch tatsächlich noch einmal. Also los, jungs. Schlagt ihm in die Weichtein. Du machst einen großen Fehler, Weltläufer. Die Orux werden gereicht. So, der ist besiegt. So, jetzt muss ich erstmal mich mit der Meute hier beschäftigen. Okay. So, nimm das. Hä, Blutrache ist jetzt verfügbar? Okay. Okay. So, die sind besiegt. Okay. Ich bin disappear. So, ich habe Start desperately versucht, um das. Ich habe den Kärger hier. Blöder Karagor. Ja, auf nach Redback. Was hat er jetzt für eine Aufgabe für mich? Was hat er jetzt vor? Was hat er jetzt für eine Aufgabe für mich? Einfach hier an der Seite vorbei quetschen. Und weg bin ich. So, der hätte mich in Karagor. Was ist das? Was ist das? So, ich brauche Elbengeschosse Weil die gehen langsam mir aus Das war doch ein Geräusch Das war doch ein Geräusch Das ist ein Geräusch Ich brauche Elbengeschosse, deswegen bin ich ja eigentlich hier. Ja, da kommt noch einer. Du holst keine Hilfe. Da kommt noch ein Ork hier hin. Oh, Infos! Oh, Infos! What the hell is here? Ja. Irgendwo ist hier die... Wo sind die Elbengeschosse? Der Grafwangler würde es nicht wagen, hier aufzukreuzen. Gegen unsere geballte Kraft hat er keine Chance. Ich habe etwas in den Schatten gesehen, das könnte der Waldläufer gewesen sein. Und das nur um Elbengeschosse zu kriegen. Blöder Karagor. Ich lasse dich wimmern wie ein Kind. Wo kommst du denn her? Blöder Karagor. Ich zerstöre dich, Tag! Au! So, Informationen bitte! Okay, wahrscheinlich ist er sofort tot. So, sieben macht. Mach ich das jetzt? Was? Was ist denn da hinten explodiert? Nehm, nein. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part. Was?